Wir sind hier im Eckental, wir sind heute hier, weil unsere lieben Kollegen von der Sizeralb Marketing uns zur ALS Eisbecken Challenge nominiert haben. Bei so einer guten Sache sind wir logisch dabei, spenden tun wir auf alle Fälle, aber natürlich haben wir uns auch nicht voll den Spaß nehmen lassen, uns ein bisschen abzukühlen. An der Stelle jetzt möchten wir die Nächsten nominieren und zwar unsere zwei Skigebiete, Carizza Ski und die Oberecken AG, sowie die SMG Südtirona Marketing Gesellschaft. Ihr habt 24 Stunden Zeit, viel Spaß und es spendet nicht vergessen! Hallo, guten Tag, 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 guten Tag. Drei Tag, guten 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 Tag. Wir sind heute hier von Valdekel Tourism für die Eidische Challenge in der Sizeralb Marketing. Wir haben die Nomination und wollen unsere Kollegen nominieren. Karetsa-Schi oder Regen-Maggie. Und wir wollen so! Komm! 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 Komm!